Und dann Moinsen zu einem weiteren Dreiteiler- oder Dreierpack, wie auch immer, auch hier wieder, ja, quasi 1 zu 1, so jetzt sind wir alle auch, erster Teil hier, zumindest in meiner Chronologie, ne, ihr könnt ja gucken, wie ihr wollt und auch gucken, was ihr wollt, ne, das ist auch der Vorteil, dass ich es in drei Dinger splitte, anstatt das halt in einem großen zu machen, ähm, Nummer 1 wird hier nochmal sein, DFL Investor, hat sich auch einiges getan, aber vermutlich dürfte das erstmal, ja, das letzte Mal sein, dass ich es quasi in einem Einzelvideo bringen, also, dass da so viel Inhalt drin ist, dass ich es in einem Einzelvideo bringen kann, ne, wenn ich jetzt hier nur drei Minuten labern würde, würde ich es nicht in ein Einzelvideo packen, ist ja klar, das zweite, wieder VfB News, bin wieder sehr gespannt drauf, ob ihr das wieder am meisten schaut tatsächlich, also, das waren bisher immer die Aufrufstärksten, egal, wann es liegt, ob es am Thumbnail liegt, ob es an der Themendichte liegt, keine Ahnung, und zum Schluss dann nur noch natürlich, äh, Rückblick auf Darmstadt und Vorbericht oder Ausschau auf das Spiel gegen Köln, am morgigen Samstag dann schon, ähm, ähm, DFL und Investor, bin ich jetzt ehrlich, diesmal könnte es vielleicht ein bisschen chaotischer sein, letzte Woche habe ich es noch hinbekommen, mir quasi auch schon immer textgenau hinzuschreiben, wie ich es labern will, jetzt habe ich es wieder so, wie es auch normal ist eigentlich, ähm, ähm, dass ich halt hier verschiedene Links, verschiedene Quellen, verschiedene Tabs, äh, offen habe vor mir, ne, deswegen könnte es hier vielleicht ein bisschen unsortierter sein, in den letzten Wochen, auch hier generell muss man eh sagen, letzten Wochen viel schon zu gesagt zu dem Thema, ist ja auch ganz klar, ich werde jetzt nicht das Ding nochmal von null auf, äh, besprechen, deswegen gerne letzten Videos anschauen, ähm, da auch glaube ich immer, auch vom Feedback, so wie ich es gehört habe, auch immer recht kurz und knackig zusammengefasst bekommen, ähm, ähm, schaut mal hier rein, mit dem, was ich finde, ähm, dass hier VfB-STR, VfB-Podcast, die erste Ehrung ist, das echt gut gemacht haben, die haben ja eine Folge hochgeladen, ähm, auch eine ziemlich lange, ähm, eben zum, ja, Deep Dive, ne, DFL-Deal, um was geht es da alles, fand ich sehr gut, habe ich mir auch angehört, ähm, also wer es noch nicht getan hat, wer vielleicht noch ein bisschen neuer ist zu dem, zu der Geschichte, obwohl es so groß ist im Fußball, aber wer vielleicht ein bisschen neuer ist, auch das auf jeden Fall eine gute, ähm, ja, gute Adresse dafür, ähm, Nummer 1 ist natürlich vorkstark weiterhin, diese, diese Formen, diese Kreativität von den Protesten ist schon witzig, auch hier Baller von, oder zwei Baller von Hannover in der Kurve, nach dem Motto, mach denselben Protest nochmal, alles klar, denselben Protest und los, ne, das ist dieses, dieses, dieses Star-Wars-Meme, äh, diese Cantina-Band da, spiel denselben Song nochmal und hier, mach denselben Protest nochmal mit den, ähm, Tennisbällen und so weiter natürlich immer wieder, also wirklich auch sehr, sehr humorvoll, auch hier hat es einer geschrieben, ne, ist ja auch geil, ist es auch natürlich, kann man es auch so humormäßig, äh, drehen, ähm, dass durch den Investorendeal, der Unterhaltungswert, der Bundesliga, ja, gesteigert werden sollte, ne, wir wollten ja was vermarkten, ne, ich meine, Unterhaltungswerk ist gestiegen, ne, wir hatten Tennisbälle, Zitronen, wir hatten 50-plus-1-Zahlen-Schloss, Angst-Potter, dieses eine Banner, wir hatten Casino-Automaten, wir hatten denselben Protest normal, wie gerade schon angesprochen, jetzt, auch eben, jetzt auch noch ferngesteuerte Autos hatten wir und ferngesteuerte, ich glaube, es waren ganz normale Flugzeuge und sowas, äh, also so Spielflugzeuge, ne, das ist komplett, komplett wild, also wer Unterhaltungswert haben wollte, hat einen bekommen auf jeden Fall, ne, ferngesteuerte Flieger, in Freiburg war es zum Beispiel, das ist schon, das ist schon einfach witzig, so, ne, auch wenn man das alles so ein bisschen weglässt, von, was halte ich von dem, von der Grundkritik, was halte ich von der Protestform, das ist einfach trotzdem natürlich einfach witzig, ne, sich das anzugucken, wie da irgendwelche verbummten Ultras stehen und irgendwelche, keine Ahnung, Autos fernsteuern, ne, das ist schon einfach ein witziges Bild, ähm, auch das, was auch immer ein Thema ist, natürlich auch Thema vermarkten, was will ich vermarkten und sowas, ähm, war natürlich auch geil, hat einer hier einen Tweet rausgebastelt, aus der Samstagskonferenz, ne, wo wir auch mit drin waren, das ist auch der Klassiker in der Bundesliga, dass da meistens so ein bisschen die Klubs da reingeschossen werden, denen man es nicht unbedingt zutraut, dass sie jetzt einen Sonntag 15-30-Spiel alleine quasi in Sachen Quoten, Einschaltquoten, richtig, richtig gut absahen, sowas wie Mainz, Hoffenheim, Leipzig, so Geschichten ist halt eher selten an solchen Spielen, äh, Wolfsburg und sowas, jetzt haben wir hier eben auch die volle Breitseite bekommen, wieder in der Samstagskonferenz, Wolfsburg-Dortmund, Mainz-Augsburg, Hoffenheim-Union, Heidenheim-Lirkusen, auch wir mit Darmstadt-Stuttgart, hat einer drüber geschrieben, finde ich auch genau so, natürlich auch logischerweise natürlich sarkastisch gemeint, aber auch genau richtig getroffen damit, der Investor aus Südostasien fängt an zu sabbern, also ne, sabbern im Sinne von, der hat da richtig Bock drauf, ne, der freut sich richtig drauf, wenn er die Konferenz sieht, ja, fängt der an zu sabbern, dass er die vermarkten darf, ne, also, ist auch immer so ein Punkt, der, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig ist anzusprechen, der geht jetzt hier, der nächste Punkt, will ihn trotzdem mit reinnehmen, aber geht jetzt vielleicht einen Tacken über die Diskussion raus, natürlich über das Thema Investoren und sowas, aber zum Thema Spielunterbrechung, wir hatten es ja damals schon legendär, dieses Spiel, Hoffenheim-Bayern, wo Hoffenheim ja eh schon irgendwie mit 0-5 oder sowas hinten lag, war, glaube ich, kurz bevor dann die Spiele auch unterbrochen wurden, wegen Corona zu 20, müsste es dann gewesen sein, ähm, wo, bleibe ich auch dabei, das hätten sie nicht angehalten, wenn das Spiel unschiehen gestanden wäre, ne, es war auch dadurch geschuldet, dass die Bayern eben schon so hoch geführt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch, ähm, wo es wieder mal Banner von den Bayern-Fans gegen Dietmar Hopp, äh, gab, die das Ding angehalten haben, die haben das Ding angehalten, Spieler auf dem Rasen oder hier und her geschoben, ist am Ende auch gefühlt so eine halbe Ehrenrunde gedreht mit Applaus und Rummenigge hat die, hat die, hat die Hand vom, vom Hopp, äh, ja, in der, in der eigenen Hand quasi und latschen so rum, so ehrenrundemäßig, Vogelwilde Bilder, Vogelwilde Bilder und hier fand ich deswegen dazu, ähm, zu der Thematik, sag ich mal, äh, den Tweet ganz nett, damals der Anstieg auf den BVB-Bus, Spiel wird nicht verschoben, Mensch stirbt im Stadion, das wir ja leider jetzt auch wieder hatten, bei Leipzig gegen Gladbach und auch schon auf dem Hinweg bei den Gladbach-Fans ja schon was gewesen, also auch das auch ganz, ganz schlimme Nachrichten, aber auch hier, ne, Mensch stirbt im Stadion, Spiel wird nicht mal unterbrochen, Hopp und Kind im Fadenkreuz, Spiel wird unterbrochen und ein genereller, gesamter Abbruch wird, ja, ist im, ist im, ist im Bereich des Möglichen, ne, und natürlich wie immer volle Solidarität für die Millionäre, ne, wie gesagt, ich will gar nichts für Fadenkreuze sagen, ich brauche die auch nicht vom Ding her, ich verstehe die Message von den meisten, ich verstehe auch, dass das, dass das nicht wirklich so gemeint ist, dass irgendwer die angreifen will oder so, ist nur Symbolik, ne, aber der Vergleich, der, der sitzt schon hart, natürlich vielleicht für manche ein bisschen weit gegriffen, aber der, der trifft schon hart, ne, Anschlag auf den Bus, Spiel wird nicht verschoben, Mensch stirbt im Stadion, nichts wird angehalten, selber hatten wir auch mit Rassismusgeschichten, ich glaube damals war es ja, Schalke, Hertha müsste es gewesen sein, irgendwann mal im Pokal auch schon länger her, ich glaube Toro Nariga und sowas war das zum Beispiel, auch absolut nichts passiert, das Einzige, für was, für was irgendwie angehalten wird, sind halt in dem Fall, wenn man es so zuspitzen will, Hopp, Kind, Millionäre, ne, das ist halt wieder auch ein Problem des Fußballs, ne, muss man auch so dann mit rein erwähnen, auch wenn es ein bisschen weiter hergeholt ist, sag ich mal, und das auch, weil mir das auch immer viel zu kurz kam, was ich irgendwann mal angesprochen hatte, ich habe schon so viel drüber gelabert, in den Videos, auch privat schon genug drüber gelabert, wirklich ein Thema, was, wo man auch viel zu schreiben kann, viel zu diskutieren kann, aber was dann natürlich auch irgendwann ein bisschen lästig wird, sag ich mal, weil man irgendwann nicht mehr weiß, wo habe ich es doppelt gesagt, wo habe ich es noch nicht gesagt, ne, aber hier auch nochmal erwähnt, durch den Tweet, den ich hier mir rausgesucht habe, die Proteste haben ja harmlos begonnen, ne, das darfst du nicht vergessen, die haben harmlos begonnen, wie immer, ne, mit scheiß DFL-Gesänge und so Geschichten, mit Bannern inhaltlich, natürlich auch oft zugespitzt, ne, so Geschichten, danach haben sie angefangen, ähm, wo auch schon die ersten, sag ich, boah, wie nervig ist das denn, haben sie angefangen, zwölf Minuten zu schweigen, die ersten zwölf, ein paar Spiele lang, das hat sich aber nichts getan, ne, also jetzt gerade mal mit dem Vergleich, was sich getan hat, seit Tennisbällen, Schokomünzen, Helikoptern, was weiß ich nicht alles, Fahrradschlössern, im Vergleich zu, was sich tut, wenn du noch friedlicher demonstrierst, weil ich sage, auch das ist für mich friedlich genug, ähm, das Einzige, was du mir irgendwie halbwegs noch hinlabern kannst von mir aus, ist das Thema irgendwie Verletzungsgefahr oder sowas von den Spielern, das kannst du mir noch halbwegs irgendwie verkaufen, aber auch das, naja, ist jetzt halt mal auszuhalten für die Thematik dann, ähm, um die es ja geht inhaltlich, ähm, aber es hat ja alles noch, noch friedlicher angefangen, ne, aber darauf reagiert halt keiner mehr, ne, das ist ja auch das Ding, da muss man auch so ein bisschen den, den Ultras oder wer immer, der halt immer die, die, die Federführung hatte quasi, muss ja auch ein bisschen zugestehen, es hat, es tut sich ja nichts, wenn du ganz normal irgendwas machst, wenn du ganz normal Banner, Gesänge, zwölf Minuten schweigst, es ist ja daraus nichts passiert. Passiert ist es, wenn du diesen Sport angehalten hast, die Spiele angehalten hast, Tennisbälle geschmissen hast und so weiter und so fort, dann hat sich erst mal getan, für alles andere davor ist man mittlerweile komplett abgestumpft, deswegen musstest du halt so auch agieren, deswegen kann ich auch das von der, aus der Sparte her verstehen, ähm, natürlich das auch schon ein bisschen älter, hat sich einiges getan, aber auch das war dann irgendwann so weit, äh, dass schon ein Drittel der Klubs, der 36 ersten, zweitigisten, schon offen dafür waren, für eine Neuabstimmung, soweit war es schon, die ganzen Vereine sich dazu, ähm, äh, auch geäußert haben, auch legendär, ne, ich bin einer, der viel auf Twitter ist, teilweise auch eine absolute Müllplattform, andererseits natürlich einfach auch geil, ne, mit den verschiedenen Vereinen und natürlich auch die Fußball-Bubbles, so ganz generell, und auch hier war ja wieder eine ganz wilde Nummer rund um eine HSV-Auswärtsfahrt, wo wieder Fans ganz lang festgesetzt wurden in irgendwelchen Zügen, und da war, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, die Rede von einem Super Recognizer, der eingesetzt werden sollte, also irgendwie einer, der scheinbar sich so Gesichter und sowas besonders gut merken kann, um eben auch in solchen Zügen oder in solchen großen Situationen die ausfindig zu machen, die, ja, gesucht werden, ne, weil, wenn du dir halt festheilst, ist immer so ein Ding von Kollektivstrafe, ich glaube, es war unter dem Deckmantel, dass du irgendwie 50, 60 Leute gesucht hast, gut, aber dafür müsst du halt trotzdem nicht Hunderte festhalten, ne, und dafür haben sie wohl einen Super Recognizer hingestellt, der das wohl alles besonders toll kann, sich besonders toll merken kann, wurde auch zum kompletten Meme gemacht, online fand ich richtig geil, der Super Recognizer. Dann kam schon der erste Schritt zu dem, was dann gleich noch folgt, DFL-Präsidium lässt neu abstimmen, das war die erste Meldung von der Bild, ähm, auch da muss ich wieder sagen, ja, erst mal gute Nachricht gewesen und gut, dass wir die Einsicht haben, andererseits wäre es wieder eine andere Abstimmung gewesen, ne, es wäre nämlich eine gewesen, die eine einfache Mehrheit braucht, bedeutet 19 der 36 Vereine müssten für Ja stimmen, statt 24, so wie es hier auch berichtet wurde, wie es Ricky auch rausgeleitet hat aus dem, aus dem Schreiben, ähm, was eben auch nicht mehr genau das Gleiche ist, ne, ist nicht mehr die gleiche, ist nicht mehr die gleiche Abstimmung, man will ja die Abstimmung genau so nochmal, äh, ja, durchgeführt haben, dass wir wieder, ne, fünf Vereine weniger, fünf Vereine einfacher, sage ich mal, um an Ja zu kommen, deswegen auch da, auch da gab es direkt schon, ähm, direkt schon auch wieder Stellungnahmen von den Fans sehen aus Deutschland, dass sie das nicht in Ordnung finden, dass man bitte die Zweidrittelmehrheit haben möchte, unter Einheitung der 50 plus 1 Regel, was ich auch, was ich auch fair finde und bevor wir es eben gleich zu dem, ja, zu der Bombe kommen, wie auch immer, ich werde es eh schon mitbekommen, aber zu der Bombe kommen, die dann geplatzt ist, ist hier ein perfektes Beispiel noch mittendrin, passiert zum Glück, 19. Februar war das beim SC Paderborn, wie man es einfach bei jedem Verein hätte tun sollen, von Beginn an, das hätte gedauert, ist klar, ähm, ist immer auch so die, die Frage, gut, für was stimmst du jetzt, oder für was berufst du immer Mitgliedsversammlungen ein und für was musst du alles immer die Fans befragen und sowas, ist immer so auch ein weiteres Thema, ich finde es in dem Fall, für sowas zukunftsträchtiges und eben, was auch die gesamte Liga betrifft, fände ich es absolut fair, wenn du eben dann auch wirklich die Mitglieder auf speziell nochmal einrufst und speziell abfrägst, bis jetzt nicht bei jeder kleinsten Entscheidung das machen, dafür hast du ja Vertreter gewählt, ne, aber auf so einer Riesenebene und eben auch mit dem Riesen, ja, Kontra, was da eben kam aus der Mehrheit der Fanszene oder Mehrheit der Fans, ne, auch da wieder gab es ja Umfragen zu, ähm, war das, wäre das absolut notwendig gewesen, das hat eben Paderborns auch getan, natürlich auch erst im Nachhinein, ne, wie die meisten Vereine, ne, da gibt es auch jetzt ganz viel Bekundung von wegen, ja, wir finden es gut und so und so weiter und so fort, auch beim VfB später nochmal kurz ein Thema, ähm, aber die haben es eben jetzt gemacht, weil da eben einer wohl auch schon angesetzt war, ich glaube, kann man sich jetzt eine neu einberufen haben deswegen, aber da gab es eine Mitgliederversammlung beim SC Paderborn und die haben da ein paar Fragen gestellt und eben auch ein paar Antworten bekommen, im Sinne von Abstimmung und so weiter, die Versammlung stimmt dem Antrag zu, dass sich der SC Paderborn bei der möglichen Neuabstimmung gegen den Einstieg von Investoren in der deutschen Fußballliga sowie gegen eine entsprechende Herzensänderung in der DFL aussprechen soll. Zack, fertig. Mitgliedermeinung, die ja die meisten Vereine noch in ihrer Hand haben, grundsätzlich und rechtlich und wie auch immer, so einfach wäre es gewesen. Die Zeit haben sie sich halt nicht genommen, ne, warum auch, ne, wäre ja auch doof aus deren Seite, von deren Seite aus, weil sie ja genau wissen, was dabei rumkommt, aber so musst du halt so riesengroße Entscheidungen, wo du genau weißt, da gibt es viel Backlash von den Fans und sie wollen ihre Meinung einbringen und die Fans werden alles tun, dass ihre Meinung da gilt, ne, dann musst du das genauso machen. Den lasse ich mir halt die Zeit, dann sage ich, jo, das und das machen wir, das ist genauso ausgehandelt, da steht alles genauso fest, das bringt der Verein mit, trägt es an die Mitglieder, Mitgliederversammlung oder irgendeine andere Form, weiß nicht, ob du das irgendwie schon online machen kannst, mit abgesicherten Ergebnissen dann oder wirklich immer eine Präsenz, Mitgliederversammlung und so was einrufen musst, keine Ahnung, bin nicht so tief drin dafür, aber, ne, wenn alles genauso feststeht, so, das ist der Stand, dann gehen die Vereine, die fragen ihre Mitglieder, machen da die Abstimmungen, die dann eben auch gelten, die auch dann so abgestimmt werden müssen, Hust, Martin Kind, Hust, ähm, und dann wäre das alles, ja, da wäre gar nichts passiert, wäre keine Eskalation gewesen, weil es wahrscheinlich eh von Beginn an Nein gewesen wäre, ähm, aber den Schritt und die Zeit hat man sich da eben nicht genommen und dann kam jetzt eben, ähm, ah ne, davor noch was anderes, stimmt, doch ganz, ganz kurz, auch dazu hätte ich jetzt Millionen Tweets raussuchen können, also wer vielleicht auch da mit drin ist, in dieser Twitter-Bubble, Fußball- Twitter-Bubble, Bundesliga, wie auch immer die einzelnen Vereine, der hat es sicher mitbekommen, es war absoluter Feiertag, weil am Montag gab es Hart gegen Fair von der ARD, ähm, und da machen Investoren den Fußball kaputt, mit Martin Kind dabei, mit Kevin Kühnert, Ariane Hingst, Markus Babbel war dabei, Thomas Kessen, hier Fanvertreter, Mia Güte, die man vielleicht auch kennt von Kalt'sche Berlin und Elf Freunde und sowas, Nico Heimer kennt man sowieso auch von Elf Freunden, Markus Bark war dabei, Dr. Christoph Breuer, eine schöne Runde, so Stunde 15 ging das Ganze, glaube ich, kann man sich auch nochmal angucken in der Mediathek, auch finde ich lohnenswert, auch wenn es natürlich der Stand recht klar ist zu dem ganzen Thema, aber also der faktische Stand aktuell, wie es aussieht mit Investor, ja, nein, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte Sendung, geht jetzt gar nicht noch, noch tiefer ein, aber wirklich eine gute Sendung, wirklich auch alle top vertreten, Nico, der, der Kesen war richtig stark, wurde direkt zum absoluten King gemacht, ähm, Babbel war, keine Ahnung, wie der, wie so, wie so der eine Typ, der in der Vierergruppe dann noch sich einfach nur am Präsentationstag hinstellt, ähm, und eine Folie vorliest, ohne Ahnung vom Thema zu haben, ähm, Kühnert fand ich auch ganz nice, Kind, muss man auch sagen, hat ja auch ein paar akzeptable Punkte, so, und dazu, was man auch da nochmal sagen muss, ähm, ist schon mal Respekt zu zollen, dass sich da überhaupt hinsetzt, ne, weil er weiß, er weiß ja ganz genau, was da kommt, ne, wie haben sie gestimmt, was halten sie davon, 50 plus 1, alles Themen, die eben zu Recht kritisiert werden, bei ihm, an ihm, wie auch immer, aber sich da hinzusetzen, ist auch erstmal zu respektieren, auf jeden Fall, oder anzurechnen, der Rest super, auch eben, auch das wieder, ne, Thema, ist auch immer das große Thema, ja, das sind die Ultras und so, mit denen kannst du dich unterhalten und so weiter, gibt es sicher Szenen und ganz tiefe Kreise davon, wo du es wirklich nicht tun kannst, aber jetzt hier, die da vor Ort waren, auch zum Beispiel, eben, äh, der, der Thomas Kessen, mit denen kannst du sich unterhalten, das war wirklich auf einer sachlichen Ebene gut ausformuliert, auch immer, ne, aussprechen lassen, drauf geantwortet, drauf eingegangen, es war richtig gut, dieses, äh, Hard, aber fair, also wer sich das nochmal reinziehen will, gerne tun, und jetzt, da wurde eigentlich hinaus, äh, hinaus, it is done, es ist vollbracht, Präsidium der DFL führt Partnerprozess nicht weiter, kam am 21.2., also am Mittwoch kam das Ganze, ähm, ja, einstimmig beschlossenes Präsidium, den Prozess im Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen, was einige Worte dazu, ähm, gefunden, ne, Profifußball inmitten einer Zerreißprobe, ähm, von den Klubs aus wurde, wurde ihm so ein bisschen klar, dass das, dass das nicht mehr die Mehrheit hat, ähm, und dass eben auch, ja, die Tragfähigkeit davon nicht mehr sichergestellt werden kann von so einem möglichen Deal, auch rechtliche Aspekte, ne, schwierig werden und, oder man darauf auf, da aufpassen muss, dass man nicht, ähm, ja, in rechtlich schwierige Lagen kommt durch so einen Deal, zum Beispiel, ne, Thema Wert, wie abgestimmt, Thema 50 plus 1 Regel und so weiter und so fort, Akzeptanz sehr gering und so was, ähm, man will wieder zum geordneten Spielbetrieb zurückkehren, das ist das vorrangige Ziel der DFL und so weiter und so fort, finde ich eigentlich ganz, ganz nettes Statement auf jeden Fall vom Watzke, ähm, und damit ist das Thema auch erstmal vom Tisch, ne, weil so steht es ja dran, den Prozess zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen. Also die Frage, inwieweit CVC überhaupt noch Bock gehabt hätte, waren die einzigen, die übrig sind, ob die auch irgendwann abgesprungen wären, wie Blackstone es ja schon ist, kann man auch sagen, dass die vielleicht irgendwann abgesprungen wären sowieso, aber Stand jetzt ist erstmal vorbei, keine Ahnung, ob sie es nochmal in dem Jahr versuchen oder ob sie gemerkt haben, ey, gut, selbst wenn wir es in einem Jahr nochmal versuchen, sieht es ja genau gleich aus, dann haben wir die gleichen Aufstände nochmal, aber fürs Erste ist das Thema vom Tisch und die Fans, ich sage jetzt wirklich auch willentlich nicht die Ultras, sondern die Fans, die breiten Fußballfans in Gesamtdeutschland völlig vereinsbefreit, kennt den Klassiker von wegen in den Farben getrennt, in der Sache vereint, das kam hier komplett zum Tragen, haben es geschafft, sie haben es geschafft, mit friedlichen Mitteln protestiert und eben dagegen vorgegangen, gegen etwas, was die Mehrheit demokratisch nicht für richtig hält und am Beispiel von Baderborn, wie gesagt, vermutlich auch überhaupt nicht so weit gekommen wäre, wenn man schon von Beginn an noch demokratischer gewesen wäre, transparenter gewesen wäre und so weiter. Die ganzen Kritikpunkte an der Abstimmung sind ja, glaube ich, schon bekannt. Da muss natürlich auch hier einmal nochmal das Meme, was ich hier vor mir habe, ich grinse mir jedes Mal einen weg, wenn ich das sehe, ohne Witz. Es ist so wunderschön, hat diese Pose vom Bubble genau in der Situation, in dem Frame, in dem Moment aufgenommen, wo er quasi da gefragt hat. Das war so ein bisschen das Thema, wodurch ein bisschen Ahnungslosigkeit unterstellt wurde, sag ich mal, in der Folge, war eben nach dem Motto, ey, es werfen ja auch die Vereine oder die Fans der Vereine mit Tennisbällen, die für Ja gestimmt haben. Ich dachte, die hätten ja abgestimmt und ich dachte, die Mitglieder hätten gesagt, wir wollen das. Ich dachte, die Vereine hätten da Absprache gehalten, hat der Fan natürlich gesagt, nein, das ist nicht passiert, die Zeit gab es dazu auch gar nicht. Also ach so, das hat nicht stattgefunden. Also auch so ein bisschen halt die Ahnungslosigkeit, die halt offensichtlich da war und einfach auch einen Meme draus gebastelt, ne, mit dem Investorendeal ist geplatzt, Bubble in dem Frame und drüber, ach so, das findet jetzt nicht mehr statt. Aber absolute Weltklasse. Twitter hat komplett geliefert diese Woche, komplett, wie gesagt, hard affair auf jeden Fall auch schon, na, auch den Rest der Woche komplett geliefert. Auch das natürlich Weltklasse, einfach ein Screenshot davon, wie Leute hunderte Tennisbälle verkaufen auf Ebay, auch absolute Weltklasse. Und jetzt natürlich trotzdem nochmal wieder ein bisschen seriöser, sag ich mal, weil man kann natürlich auch sagen, dass er auch das überspitzt ist und das dann zu geschwollen ist und übertrieben ist oder sowas. Aber haben natürlich auch einige so formuliert, auch einige Journalisten und so weiter und so fort. Das ist historisch so. Und das kann man auch, glaube ich, absolut so bewerten. Das ist historisch. Ich weiß nicht, wann der Einfluss der Fans letztes Mal so sichtbar war. Von Mark Schwitzki war das, der Tweet. Auch das wurde vorhin schon gesagt, aber auch das sehr wichtig, nochmal vorzuheben aus dem Zitat, das Ziel der DFL muss sein, richtige Fragen zu vermeiden von Watzke. Und da merkst du, glaube ich, auch, dass denen der Arsch auf Grundeis gegangen ist, bei der ganzen Kindthematik und so weiter und so fort. Auch da auch ganz netter Tweet dazu auf jeden Fall. Da haben die 100 Ultras pro Verein ja doch ihren Willen bekommen, weil es waren eben nicht nur die, nur die alleine hätten es nicht geschafft. Es war wirklich die breite Masse in Deutschland, die sich eben für das Thema interessiert hat. Noch da deswegen auch das mit reingenommen. Von dem kannst du eh die wenigsten Sachen durchlesen, finde ich, vom Alfred Traxler. Wenn überhaupt welche überhaupt. Ab sofort ist der Fußball erpressbar. Ist natürlich auch so eine Lesart von vielen oder die, ja, die Liga und die Vereine haben vor ihren Ultras gekuscht oder wie auch immer. Kann man von mir aus so sehen, weil es waren halt die Ultras ganz, ganz vorne dran. Deswegen kommt ja so ein bisschen diese Lesart, weil sie eben ganz vorne dran waren und auch einfach generell ja die Ultras auch, komme ich glaube, vielleicht später nochmal dazu, auch einfach ein einfach anzugreifendes Ziel sind. Vielleicht wäre es besser gewesen, fast wenn es irgendwer anders geleitet hätte, sage ich mal, die Tennisbälle zu werfen. Keine Ahnung, irgendwie von der Haupttribüne doof gesagt, dann wäre vielleicht der Aufschrei nicht so groß gewesen oder die Angreifbarkeit nicht so groß gewesen. Aber ja, der Fußball ist erpressbar. Finde ich eine schwierige Lesart für das, dass sich einfach die Mitglieder das geholt haben durch Proteste, was sie haben sollten. Nämlich ein großes, großes Mitspracherecht im deutschen Profifußball. Das haben sie in den Vereinen sowieso. Das wurde aber nicht abgefragt. Das wurde nicht so abgefragt, wie es hätte sein müssen. Dann holt man sich es halt über Proteste, wie es ja auch die jede Form ist. So, keine Ahnung. Weil das ist auch, wenn wir da jetzt auch schon keinen Bock drauf haben, dann keine Ahnung, ob wir dann, keine Ahnung, generell von Demokratie irgendwie Abstand nehmen wollen. Ich habe keine Ahnung. Aber Fußball ist erpressbar oder die Vereine kuschen. Ne, das ist halt einfach Protest gewesen. Mitglieder haben ihre Meinung geäußert. Sie hätten die auch nicht kuschen müssen. War natürlich das Ziel logischerweise von der Aktion. Hätten immer noch sagen können, wir haben hier eine sichere Nummer, die Abschuldung war perfekt und so weiter. Wir machen es trotzdem, ist mir doch jetzt egal. Aber dann war wohl auch da der Glaube nicht so ganz daran, dass das alles perfekt war. Und auch das schreibt der Nächste hier mit dem Lass lieber aufhören, bevor jemand noch genauer hinschaut. Ich glaube, auch das kann man durchaus unterstellen, dass man auch da gucken, da noch ein bisschen mehr hätte rausfinden können. Auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, kann genauso gut sein, dass die WC sowieso schon auf dem Absprung war. Dass die sowieso auch schon raus waren, wie eben Blackstone oder kurz davor waren, raus zu sein wie Blackstone. Und man deswegen gesagt hat, komm, wir gehen lieber schnell selber raus, bevor wir am Ende so darstellen, dass wir, ja, dass alle uns abgesprungen sind und wir gar keine Optionen mehr haben und aufhören müssen, sondern wir machen es von uns aus oder so. Das ist auch alles nur Unterstellungen, aber Vermutungen, sage ich mal. Und so oder so ist das natürlich jetzt auch alles generell sehr kacke für den DFL, aber eben an sich, für sich als, oder für die Funktionäre und so weiter. Weil du stehst ja, oder die stehen jetzt ja quasi komplett überfordert da mit der Situation und eben auch in der Form der Abstimmung und das eben so viel, wie gesagt, das ist ja nicht nur die Proteste gewesen, das sind ja keine wirren Proteste gewesen gegen wir wollen keinen Investor, sondern es war ja vor allem auch inhaltlich basiert, auch die ganzen Ultratexte oder Fanszenentexte waren alle inhaltlich basiert gegen die Abstimmung, natürlich auch gegen den Investor, auch gegen die Auswahl, wer Investor hätte sein können und so weiter und so fort. Das war ja alles inhaltlich, das gab ja eine inhaltliche Grundlage. Der Grund für diese Proteste ist am Ende des Tages die DFL selbst eigentlich, weil sie ist ja dieses Ding, dieses Eigentor geschossen haben, mit wir machen das transparent, mit wir lassen da zu, dass ein Kind abstimmt, wie er lustig ist. Wie gesagt, auch das nur eine Unterstellung, aber es scheint ja schon recht gesichert zu sein mittlerweile. Die haben sich ja selber mit dem Eigentor geschossen und du stehst so komplett unseriös und überfordert da als DFL oder für die DFL, für weitere Partner, für solche Geschichten. Also auch das für die Zukunft natürlich keine gute Situation für die DFL oder keine gute Ausgangslage. Und auch das wieder, hier nochmal einer geschrieben, auch natürlich top, dass einfach ein Haufen Leute, die gerne zum Fußball fahren, ihre Meinung gesagt haben und damit erfolgreich waren. Natürlich auch einfach eine schöne, simple Lesart. Manche natürlich auch nochmal ein bisschen, manche haben Blut geleckt. Jetzt noch Proteste gegen Bayer, gegen Wolfsburg, Hoffenheim und Red Bull und das Ganze könnte eine runde Sache werden. Die haben Blut geleckt, die sehen, dass man damit was erreichen könnte. Hier habe ich einen Thread gelesen, was ich ganz ganz nett fand. Natürlich auch ein bisschen hoch oder ein bisschen geschwollen formuliert, wie auch immer. Von André Reisin heißt der Mann. Nach dem Motto, die Verhinderung des Investoreneinstiegs in der DFL ist einer der erfolgreichsten sozialen Proteste der letzten Jahre in diesem Land. Verschiedenste Menschen mit vollkommen unterschiedlichen politischen Ansichtungen, die sich hinter einer Sache versammeln und noch ein bisschen mehr ausgeführt. Wer es lesen will, kann es gerne selber lesen, wenn ihr ihn sucht auf Twitter oder natürlich auch hier wieder der Hinweis. Alles in der, ja, im sammelligen W-Beschreibung, wie immer die ganzen, die ganzen Geschichten, auf die ich mich hier beziehe. Und dann auch noch kurz zum VfB, hat jeder Werte Kalpas ganz schön retweetet, weil auch der VfB es natürlich geäußert hat, wir begrüßen diese nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns allen, die wir den Fußball lieben, wieder zusammenkommen lässt. Die haben geschrieben, Leute, ihr habt mit Ja gestimmt, ohne eure Mitglieder zu befragen und wolltet es erneut tun. Das ist natürlich die eine Lesart, wo ich auch voll dabei bin. Also ich habe auch schon gesagt, wenn ich das angesprochen habe, dass ich es gut finde, dass jetzt was kommt. Wie gesagt, better late than never. Aber natürlich, dass die Vereine auch schon hätten viel früher rangehen müssen und dass du eben auch gleichzeitig auch schon viel früher von der DFL weg oder zusätzlich zur Kritik an der DFL auch in die Vereine gehen kannst, nach dem Motto, sprecht mit uns halt richtig. Mitglieder ansprechen und so weiter, Mitglieder wirklich mit einbeziehen, in unserer Geschichten. Das ist nicht nur alles auf DFL gerichtet, auch auf die Vereine tatsächlich. Hier, wie gesagt, klar, kann man jetzt auch wieder sagen, ist natürlich Quatsch und heuchlerisch, das danach zu sagen. Kann ich auch voll nachvollziehen. Wenn ich jetzt nur den Tweet an sich nehme, nur diesen Tweet, wir begrüßen die nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns allen, die wir den Fußball lieben, wieder zusammenkommen lässt, finde ich es nicht so schlimm, weil da geht es ja nur darum, dass sie es gut finden, dass jetzt das Ding abgeblasen wurde, damit wir eben wieder, wie es ja auch alle wollen, zum normalen Spielbetrieb kommen, zusammenkommen lässt und so weiter. Das haben sie auch schon danach oft gesagt, wie gesagt, auch das wird zu spät vom Ding her, aber sie haben es oft gesagt, dass sie auch für eine Neuabstimmung werden und so weiter und darum geht es ja. Darüber hinaus geht halt das, was ja auch stimmt, was der Vertikabas hier auch schreibt, ist eben, dass sie ja für ja gestimmt hätten und auch wieder dafür gestimmt hätten, also für den Investor, aber rein der Ausgangstweet vom VfB bezieht sich ja nicht darauf, auf die Ja-Stimme-Investor oder Nein-Stimme-Investor, sondern eben darauf, wie es jetzt eben geendet ist und da klingt es für mich zumindest logisch, nachdem wir es zuletzt kommuniziert haben, klar kann man natürlich immer noch insgesamt sagen, dass es natürlich dann trotzdem Quatsch ist, zu sagen, jo, gut, dass es abgeblasen wurde, wir hätten es zwar gemacht so, aber gut, dass abgeblasen wurde, also kann ich auch verstehen, das so zu sehen, haben sie gar eine Community-Note gedrückt bekommen, also bei Twitter gibt es ein Team, bei Twitter selbst, das quasi irgendwelche Tweets dann damit mit Hinweisen und Quellen und so weiter versieht, wenn sie glauben, dass der Tweet Quatsch gelabert hat und das haben sie hier getan, eben mit Artikeln, dass der VfB mit Ja gestimmt hätte, von dem her auch das witzig, ich glaube, auch nie gesehen, dass der VfB das tatsächlich passiert ist, dass die, ja, so eine Community-Note abbekommen haben, hier hat Anna geschrieben, was natürlich auch vereinspolitisch dann wieder ein Thema ist, was ja auch vor kurzem aufkam, ein bisschen mit Porsche und so weiter, die Rückschlüsse für den VfB müssen sein, der Vorsitz des Aufrichtsrats bleibt beim e.V., 50 plus 1 muss geachtet oder gewahrt werden, auch von der AG, die Mittelstellung der Mitglieder muss jetzt verbessert und barrierefrei gestaltet werden, auch das richtig und wichtig, auch da, hier nochmal zum Abschluss, Junge, auch ein Weltfoto, ein absolutes Weltfoto, ARD oder Tagesschau halt berichtet davon, DFL stoppt Investoreneinstieg und wählt ein Foto drüber, wo einer von diesen ferngesteuerten Wägen auf dem Rasen steht, mit so ein bisschen Pyro und Dampf auf sich drauf und das eben direkt über dem Thema DFL stoppt Investoreneinstieg ist absolute Weltklasse, wo du eben siehst, wie simpel die Mittel sind oder wie simpel die Mittel waren, damit du das Ding hier zum Abbruch gebracht hast und das beschreibt der letzte Spiel auch noch perfekt, who would win, also wer würde gewinnen, auf der einen Seite das wohl mächtigste Organ des deutschen Fußballs, DFL, Funktionäre, Geld, Pipapo, Macht und auf der rechten Seite ein Tennisball und der Tennisball hat gewonnen, es kann alles, es kann alles so einfach sein, das ist schon krass, wie weit man es da gebracht hat, von dem her, ich finde es gut, dass es jetzt so passiert ist, im Sinne von, oder im Zusammenhang eben inhaltlich, auf der inhaltlichen Basis konnte ich es dann irgendwann auch für mich so abmachen, dass ich sage, jo, natürlich macht es ja auch keinen Spaß, dass das Spiel unterbrochen ist, aber für den Inhalt, der rüberkommen soll und der eben tatsächlich dann eben nur erreicht werden konnte, wohl scheinbar durch Tennisball und so weiter, konnte ich es aushalten, dass du dann eben da ein bisschen warten musst, ein bisschen Verlängerung hattest, Nachspielzeit hattest, für den Inhalt, für die Basis, gegen die auf jeden Fall was getan werden musste, gehe ich damit vollkommen in Ordnung, wie es alles so von, vonstatten gegangen ist, das Ding ist erstmal abgewendet, mal gucken, ob sie es irgendwann mal wieder aufrollen, mal gucken jetzt auch, wie es am Wochenende aussieht, ne, ich erwarte jetzt zumindest mal keine Tennisbälle mehr, ne, aber vielleicht gibt es ja ein paar Banner, ein paar, ja, fröhliche Fangesänge, Contra, DFL, wie auch immer, eigentlich, eigentlich muss jetzt fast so ein, wieder bei uns zum Beispiel, das kann schon der Kurve-Banner halt hochziehen, der Klassiker da, oder irgendwie eine kleine Choreo-Zauber, irgendwelche kleinen Banner-Zauber von wegen, keine Ahnung, uns gehört der Fußball oder irgendwas in die Richtung, ne, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein bisschen eine Form von Feiertag werden könnte in den Kurven, am Wochenende hat er auch ein bisschen Vorbereitungszeit jetzt, ne, von Mittwoch bis Samstag, auch nicht lang, ne, so, ich erwarte auch überhaupt nichts, ne, so vom Ding her, aber ich könnte es mir vorstellen, dass da einiges kommt oder kommen könnte für, ähm, fürs Wochenende, bin mal gespannt drauf, auch auf eure Meinung, gerne ab in die Kommentare zu dem ganzen Geschichte, ich hoffe, dass es jetzt erstmal auch quasi das letzte Mal, dass ich so ewig lang drüber gequatscht habe, ähm, im Sinne von, dass jetzt eben erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und dass zum Beispiel einfach ein ganz normaler VfB-News mit reinnehmen, ne, so, so in dem Sinne, ähm, dann darf ich mich hier wie immer fürs Gucken, natürlich hier immer hier auch mehr fürs Zuhören bedanken, ihr geht gerne weiter ins nächste Video, was dann die VfB-News sein werden und bis zum nächsten Mal.